Ja! 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 Dritte Spielminute, 1-0 für die Gäste aus Marschallgenzimmer. Vorschütze der Spieler mit der Nummer 10, Philipp Hafner. Ja! Sagt, Wenn du nicht, wenn du nicht, wenn du nicht! Ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Stille, auf den Weg! Sie haben die Fischung, sie haben die Fischung, sie haben die Fischung, sie haben die Fischung. Ja! Ja! Ja, ja, ja. Ja, ja. Ach, sie drückt hin! Zweite Falle! Nach hinten der Beine! 2-0! Jaaa! Zeit! 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 Zwei Kontakte sauber! Zwei Kontakte! Kommt Position wieder! Nach und Hals! Einmal rüber und dann, ja! Ich probiere den Schlagertarion! Ein paar Minuten zu, Minuten zu warten! Achtung, Mappe! Feiter! Werbste rein! Achtung, Mappe! Bist du einsam! Komm, komm, komm! Komm, komm! Komm, komm! Huch! 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 Felt hinweg. Das wird dann auf! Was? Drauf! Drauf! Ab in der Ermittelfeld, komm mal! Auf geht's in der Ermittelfeld, komm mal! Okay, jetzt in der Ermittelfeld! Kommand noch mit, gelber! Ja, ja! Moment! Probier! Ja! Ja, gut! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Mario ist super! 27. Spielminute! Eins-zu-eins-Ausgleich für unsere SG Falter-Bierlingen! Torschütze die Nummer zwei, Mario Noll! Gute Ball! Gute Ball, Gute Ball! Gute Ball! Gute Ball, Gute Ball! Es ist jetzt dritter Foul von dem! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Leute haben's! Die Leute haben's! Die Leute haben's! Komm, 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 komm. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Komm her! 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 Ja, kommt mit der Woll. Das ist ein guter Mann. Ich hab ja schon mal. Komm her! Komm her! Und jetzt und jetzt! Ja! 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 Philipp! Ja! Boah! Auf die Linke Schulter! Übergeben! Ruben! Ja! Ja! Du, du, du! Komm her! Komm her! Ja! Ja, du, du! Ja! Ja! Auf jeden Fall, welche Ballspieler nach unten. Ich schneide euch nachher wieder raus. Ja! Robi! Wo ist weg? Der ist weg! Ja! Der ist weg! Robi! Da ist weg! Hey! Ja, das geht! Ja, das geht! Der ist weg! Komm, Willi! Die macht es mal! Ja! Komm, einen Schritt weiter! Rück Pause! Die Nächste! Ja! 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 71. 2 zu 1 für uns Riesky-Falter-Bierlingen. Torschütze! Leon Kaiser! Kaiser! Untertitelung des ZDF von Norden Vizepräsidenten www.dorpss.de 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 Jetzt geht es los! Ja, jetzt geht es los! Ja, nein, nein! Ja, nein! Ja, nein! Ja, nein! 84. Spielminute! 3 zu 1 für die Eske Feld auf Birlingen! Vorsitzende mit der Nummer 12! Jan Pfeiffer! Ja! 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 Und mit dem Schlusspfiff erzielt Leon Kaiser sein zweites Tor an diesem Tag. Endstand 4 zu 1! Ja! 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 Danke, danke, danke!